Moin Flatsen hier, wir kommen zur Bundesliga-Spieltag-Analyse zum 26. Spieltag. Natürlich mit dem Derby, dem El Clasico, Bayern gegen Dortmund war es ja. Fangen wir auch direkt an mit dem ersten Spiel, das war nämlich Frankfurt gegen Bochum. Das ist überraschenderweise 1-1 ausgegangen. Es ist in der 13. Muda Asano, der die Bochumer überraschenderweise in Führung bringt. Das Ganze hält leider nicht lange. Kolo Muni verwandelt in der 22. Muda, nämlich dann per Foul auf Meter, macht das 1-1. Dabei bleibt es dann auch, es ist ein Spiel, wo keiner mitgerechnet hätte, dass es 1-1 ausgeht. Man hätte ja auf Sieg Frankfurt getippt, die Bochumer nehmen den Punkt sicherlich gerne mit. Die Frankfurter denken sich, scheiße, nur einen Punkt zu wenig. Aber gut, so ist es manchmal, das war das Freitagsspiel. Kommen wir dann zu den Samstagsspielen, das war Freiburg gegen Hertha. Das war ein Spiel, wo in der ersten Halbzeit Tore mäßig nichts passiert ist. In der zweiten Halbzeit ist es dann in der 52. Minute Grifo, der die Freiburger dann mit 1-0 Führung schießt. Das Ganze hält bis zur 77. Minute als Nankam. Auf Seiten der Tana trifft zum Ausgleich, zum 1-1. Dabei ist es dann auch geblieben. Ein Punkt, wo die Hertha sicherlich gut mit leben kann. Die Freiburger, denke ich, eher weniger. Die hätten sich da gerne einen Sieg ausgemalt. Für die Hertha ist es ein Punktgewinn. Für die Freiburger sind es zwei Punkte Verlust. So muss man das einfach sagen. Wobei die Freiburger immer noch gut dastehen. Aber da kommen wir später zu. Dann kommen wir zu einem Spiel Leipzig gegen Mainz. Auch eine totale Überraschung. Denn die Mainzer haben 3-0 gewonnen. Die haben momentan einen richtig guten Lauf. Die Mainzer, muss man wirklich sagen, da läuft es. Die sind durch irgendwas schon früh in der neunten Minute in Führung gegangen. Dann passiert in der ersten Halbzeit was Tore-mäßig. Geht nichts mehr. Da bleibt es beim 1-0. Da denkt man in der zweiten Halbzeit. Vielleicht kommt jetzt Leipzig. Pushen sich und können das Ding nochmal drehen. Nein. Es ist Araujou, oder wie er heißt. Der macht nämlich in der 57. Minute dann das 2-0 für die Mainzer. Und Coa macht in der 67. Minute dann endgültig den Deckel drauf. So ein 3-0 für die Mainzer. Die Mainzer gewinnen gegen Leipzig. Ein bisschen überraschend, würde ich sagen. Die sind hundertprozentig zufrieden. Und bei denen läuft es momentan richtig gut. Und die Leipziger kriegen hier einen Dämpfer, was Sachen Champions-League-Plätze angeht. Die sind auf jeden Fall nicht zufrieden. Das ist ja mal ganz klar. Kommen wir dann zum nächsten Spiel. Das war Schalke gegen Leverkusen. Ein kleines Duell, was noch so unten im Keller ist. Was heißt im Keller? Die Leverkusener klettern ja so langsam wieder hoch. Das haben auch die Leverkusener mit 3-0 gewonnen. Die Schalke haben wieder einen Dämpfer bekommen. Erste Halbzeit 0-0. Passiert gar nichts. In der zweiten Halbzeit ist es dann Frimpong, der in der 50. Minute, die Leverkusener dann auch in Führung bringt. Elf Minuten später, dann wird es ja, dass 2-0 macht. Da ist eigentlich schon, wenn man so will, der Deckel drauf. Dann ist es noch Azmu, der in der 90. Plus 1 noch das 3-0 macht. Und Leverkusen gewinnt auch verdient gegen Schalke. Muss man so sagen. Die Leverkusener haben sehr stark gespielt. Und die Schalker haben, wie soll man das sagen, nicht so gut gespielt. Und auch zu Recht verloren, muss man einfach sagen. Nach zuletzt doch guten Leistungen haben sie mal wieder nicht so gut gespielt. Und die Leverkusener ganz stark von den Leverkusener. Also der Sieg geht vollkommen in Ordnung. Kommen wir dann zum nächsten Spiel. Das war Stuttgart, beziehungsweise Union gegen Stuttgart. Das haben die Unioner mit 3-0 gewonnen. Wieder ein Sieg. Es ist in der zweiten Halbzeit Becker, der in der 51. Minute die Unioner dann in Führung bringt. Dann ist es Behrens in der 68. Minute, der das 2-0 für die Unioner macht. Und dann ist es noch Haraguri, der in der 68. ein Eigentor macht. So schnell. Ab 68 Führung, dann kommt ein Eigentor. Damit waren die Stuttgarter dann bedient. Union hat 3 Tore geschossen, 3 Punkte im Sack. Die freuen sich die Stuttgarter. Nicht zufrieden. Die hätten da gerne, denke ich, einen Punkt wohl mitgenommen in Union. Den hatten sie sich vielleicht ausge... Also erhofft. Ist nicht so gekommen. Sie haben klar verloren, auch verdient verloren, muss man sagen. Für die Unioner sieht es richtig gut wieder aus. Und die Stuttgarter... Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Auch ein wildes Spiel. Das war Stuttgart gegen Augsburg. Stuttgart gegen Augsburg. Denn es ist Arnold, der in der zweiten Minute schon ein Eigentor macht. Ja, ein Eigentor. Ja, krass. Sehr schnell. Und schon führt Augsburg mit 1-0. Dann kommt es noch schlimmer für die Wolfsburger. Und in der 21. Minute verschießt Arnold auch noch einen Elfmeter für die Wolfsburger. Da denkst du dir auch nur noch, oh Gott, scheiße. Und dann auch noch Arnold. Fiel ein rabenschwarzer Tag, muss man sagen. Erst das Eigentor. Dann den Elfmeter verschossen. Läuft nicht. Dann ist es elf Minuten später. Ja, 32 Brischer, der das 2-0 für die Augsburger macht. Dementsprechend sieht es richtig gut aus für die Augsburger. Dabei bleibt es dann auch erstmal. Und zur Halbzeit. Dann kommt die zweite Halbzeit. Wo lange nichts passiert. Man denkt sich, die Augsburger machen es. Es läuft, es läuft, es läuft. Aber dann ist es Waldschmidt in der 83. Der die Wolfsburger nochmal wieder ranbringt. Dann gibt es eine sehr lange Nachspielzeit. Und am 90. plus 6 ist es dann Nemtscher aus Seiten der Wolfsburger, der doch noch den späten Ausgleich macht. Die dann jubeln, die dann feiern. Die, ja, wir haben noch den Punkt. Sind da sehr mit zufrieden. Und die Augsburger sind richtig geknickt. Denn sie haben sehr spät den Sieg aus der Hand gegeben. Und Punkte verschenkt, muss man einfach so sagen. Trotzdem muss man festhalten, für Arnold ein rahmenschwarzer Tag. Dann kommen wir natürlich zum El Clasico. Das Abendspiel Bayern gegen Dortmund. Mann, war das ein Spiel. Die Bayern haben den Dortmunder gezeigt, wer der Herr im Ring ist. Oder der Chef im Ring, wie man so sagen soll. Die haben nämlich 4 zu 2 gewonnen. Man muss dabei sagen, Kovil mit seinem Eigentor her haut er neben dem Ball her, als er zurückkommt. Und man merkt schon an seiner Gesichtsreaktion, er hält die Hände so vor den Kopf und denkt sich, scheiße, was das für ein Ding. Müller rennt zwar noch hinterher, aber braucht nichts mehr machen. Der Ball ist drin. Richtig bitter. Das leitet so ein bisschen. Den Sieg der Bayern ein. Ich will nicht komplett sagen, aber so ein bisschen. Weil dann ist es nämlich, gerade mal 10 Minuten später, es ist Thomas Müller, ach 10 Minuten später, 5 Minuten später in 18. Minute, Thomas Müller, der das 2 zu 0 macht. In der 23 ist Thomas Müller, der macht das 3 zu 0. Da denkt man, Alter, was haben die Bayern denn jetzt? Wo wollen die die Dortmunder jetzt komplett auseinandernehmen? Richtig hops nehmen? Nein, dabei bleibt es erstmal in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit geht es aber doch recht zügig weiter. Kommand in der 50. Macht das 4 zu 0. Da denkt man, alles klar, die Dortmunder haben gar keine Chance. Doch es bleibt erstmal eine lange Zeit beim 4 zu 0. In der 72 ist dann Emre Can, der einen V-Leftmeter verwandelt auf Seiten der Dortmunder. Und Donny Mahlen, der in der 90. Dann noch das 4 zu 2 macht. Das Ergebnis ein bisschen verschönert. Bringt den Dortmunder nichts. Die Bayern haben aber ganz klar gewonnen. Auch Seiten der Dortmunder noch ärgerlich. Schlotterbeck hat sich wohl übel verletzt. Ist er sehr unglücklich umgeknippt mit dem Fuß. Das sah übel aus. Für ihn ist dann Hummels gekommen, muss man noch sagen. Ich weiß nicht, ob das eine entscheidende Szene war. Ich glaube nicht. Ich denke eher, das war Kobel, der so ein bisschen den Untergang der Dortmunder eingeläutet hat. Und Bayern war sackstark. Also der Trainerwechsel scheint erstmal was gebracht zu haben, muss man sagen. Und die Bayern waren überragend. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das war auch ein Derby, nämlich das Rheinderby. Köln gegen Gladbach. Ja, schnell erzählt. 0-0. Es sind keine Tore gefallen. Ein gähnendes Spiel, muss man sagen. Es war nicht so stark, wie man sich vielleicht erhofft hätte, wie es ein Derby ist. Nein, es ging 0-0 aus. Ich weiß nicht, ob beide Parteien damit leben können. Das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Kommen wir dann noch zum letzten Sonntagsspiel. Das war Bremen gegen Hoffenheim. Das haben die Hoffenheimer 2-1 gewonnen. Man muss auch dabei sagen, ein bisschen verdient. Und Bremen hatte zum Schluss etwas Pech. Aber fangen wir an. Es ist Kamaric, der in der zweiten Halbzeit die Hoffenheimer in Führung bringt. Die Bremer pennen mal wieder ein dummes Gegentor direkt nach der Halbzeit. Schnell, muss man einfach sagen. Ganz ärgerlich. Und gerade einmal zwei Minuten später ist es dann Baumgartner, der die Hoffenheimer damit nachlegt, um das 2-0 hat. Da denkt man sich, mein Gott, Bremen. Dann ist es zwar noch Pieper, der in der 76. den Anschluss macht. Und dann am Ende ist es nur ärgerlich. Da Philipp hatte noch eine Chance, die knapp über das Tor drüber herging. Und ein Elfmeter von Bremen wurde aberkannt wegen knappen Abseits. Also da haben die Bremer noch Pech gehabt. Hätten vielleicht sogar noch einen Punkt mitnehmen können. Aber letzten Endes muss man schon sagen, Bremen hat verdient verloren. Und die müssen jetzt aufpassen, dass die nicht noch unten in den Abschiedskampf mit reinrutschen. Hoffenheim hat einen Big Point gelandet gegenüber Bremen. Die sind ja auch unten mit drin für die richtig klasse. Und Bremen kann da gar nicht mehr zufrieden sein. Das war der Spieltag. Kommen wir erstmal zur Tabelle. Neuer Tabellenführer ist ganz klar Bayern München mit 55 Punkten. Gefolgt von Dortmund, die haben 53 Punkte auf Platz 2. Dritter ist Union, die bleiben das auch mit 51 Punkten. Vierter ist der FC Freiburg mit 47 Punkten. Gefolgt von Leipzig auf Platz 5 mit 45 Punkten. Durch die Niederlage sind sie runtergerutscht. Freiburg konnte sich ein bisschen Puffer verschaffen. Sechster ist Neintracht Frankfurt mit 41 Punkten. Leverkusen ist siebter, die haben jetzt die 40 Punkte. Die sind jetzt erstmal safe, muss man sagen. Dann kommt auf dem 18. Mainz auch mit 40 Punkten. Die haben etwas schlechteres Torverhältnis. Aber ich denke, die sind mit der Platzierung immer noch zufrieden. Die haben momentan einen sehr guten Lauf. Dann kommen die Wolfsburger auf Platz 9 mit 39 Punkten. Ob die zufrieden sind, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Auf Platz 10 ist es Klapper mit 32 Punkten. Die sind auch nicht ganz zufrieden. Auf Platz 10, die würden gerne etwas höher stehen. Auch internationale Ränge, denke ich so. Planen die wohl eher an. Dann kommt Bremen auf Platz 11 mit 31 Punkten. Die Platzierung ist immer noch nicht schlecht. Aber man muss den Negativ-Trend jetzt ein bisschen stoppen. Denn sonst rutscht man unten rein. Es sind nur noch 9 Punkte. Da kann man noch Glaslein um den Abstieg mitspielen. Und ich denke, das sollte man nicht machen. Nach diesem super Saisonstart eigentlich sollte man mit dem Abstieg eigentlich nichts zu tun haben. Es müssen noch ein paar Punkte her. Aber ich hoffe, dass die Bremen das schaffen. Da gehe ich auch von aus, dass der Turnaround kommt. Auf Platz 12, Augsburg. Die haben auch 29 Punkte. Gefolgt von Bochum auf Platz 14. Die haben 28 Punkte. Die, denke ich, sind mit der Dublin-Platzierung sehr zufrieden. Auf Platz 15 ist nun Hoffenheim. Die haben die Abstiegsränge verlassen. Für die auch sehr zufrieden, denke ich. Obwohl die sich gerne bei der oben sehen. Aber man muss ja einfach sehen, wie die Saison momentan läuft. Dementsprechend sind die wohl zufrieden. Auf Platz 16, den ersten Regulationsplatz, ist nun Hertha BSC. 17. Schalke auf einem direkten Abstiegsplatz. Die haben 21 Punkte. Hertha hat übrigens 22 Punkte. Entschuldigung. Und dann kommt das Tabellen-Schlusslicht. Die Rotateien ist immer noch Stuttgart. Die haben 20 Punkte. Die sind natürlich nicht zufrieden. Kommen wir dann noch zu den Torschützen. Auf Platz 1 ist Niklas Völko. Weiter mit 15 Toren. Zweiter ist Grifo. Der hat 13 Tore. Dann haben wir drei Spieler, die sich den dritten Platz teilen. Das ist einmal Munyari, Nkuku und Turam. Die haben jeweils 12 Tore. Um die obersten drei zu nennen. Das war auch schon wieder der 26. Spieltag. Es war ein geiler Spieltag, wie ich finde. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare. Ist durch den Sieg, den Bayern jetzt geholt hat, die Wende bei Bayern geschafft. Werden sie jetzt Meister? Maschieren sie durch? Oder kann Dortmund sie vielleicht doch noch stoppen? Was meint ihr? Könnt ihr ja immer gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich mal brennend interessieren. Und was sagt ihr? Stuttgart steigen sie ab? Oder können sie es noch schaffen, die Klasse zu halten? Das war es dann auch wieder. Wer, wem das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wer neu auf dem Kanal ist, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Support ist kein Wort. Das soll es dann auch gewesen sein. Euer Pflassen. Ciao, ciao.